In Karlsruhe wohne ich da, in einer WG. Und das Tischtennisspiel, wo spielen Sie damit? Da haben wir kaum die Dörlach. Was ist das für ein Verein? Ich bin Tischtennisverein. Und wie lange spielen Sie? Seit ich zehn Jahre alt bin ich Tischtennis. Seit ich Schüler bin ich schon. Ich habe Sie Tischten spielen sehen und das ging ja fast so schnell wie bei den Chinesen. Aber nur fast so schnell. In meinem Alter spielt man nicht mehr so schnell. Sondern man steht nur noch hin an der Tischtennisplatte und versucht den Nachwuchs etwas zu fördern. Ich spiele mit meiner Tochter zusammen und mit meiner Frau und mit meinen zwei Jungs. Alle zusammen im selben Verein. Beim TDC Hegner, der in Weiblingen zu Hause ist. wo sie nicht mehr so schnell wie ein Kostenspieler ist. Ich bin dann schon hier mit dem�ten, Ich bin nachhaltig, dass es nicht mehr so schnell wie ich sie sind. Es wäre jetzt auf der Stelle.